Hallo, ich bin's Ruth, willkommen zurück auf meinem Kanal Zwischentausend Zeilen und heute zeige ich euch mein Bookjournal von innen, was sich im letzten Jahr darin verändert hat und wie beim letzten Mal stelle ich euch auch unten in der Videobeschreibung die Dateien zur Verfügung. Ich habe bereits vor ungefähr einem Jahr schon mal ein Video zu meinem Bookjournal gemacht. Ich habe so ein Filofax in A5 und verlinke euch das Video auch nochmal oben. Da könnt ihr euch angucken, wie es vor einem Jahr in meinem Bookjournal ausgesehen hat. Und seitdem haben sich ein paar Sachen verändert, aber viele Sachen sind auch gleich geblieben. Und wir wechseln gleich die Kameraperspektive, dann zeige ich euch das Bookjournal von innen. Ich habe so eine Mischung aus funktional und hübsch, schön, ästhetisch irgendwie ansprechend. Ich habe nämlich das Gefühl, ich will da gerne reingucken in mein Bookjournal. Also ich habe mir das so zurechtgelegt da drin und eingerichtet, dass es mich ästhetisch anspricht und dann macht es gleich viel mehr Spaß, da auch einzutragen. Ja, ich wechsle gleich die Kameraperspektive und dann seht ihr, was ich meine. Was benutzt ihr denn als Bookjournal oder macht ihr euch gar keine Notizen? Ich finde, es hat ja irgendwie was Befriedigendes, wenn man aufschreibt, was man schon geschafft hat. Das ist der eine Aspekt, warum ich das Bookjournal super finde. Also es hat irgendwie sowas ankreuzen, abhaken, Listen machen und so weiter. Das finde ich total super. Aber es ist natürlich auch für meinen Booktube-Kanal hilfreich, mir so ein paar Notizen zu machen zu den Büchern, die ich gelesen habe. Da habe ich verschiedene Systeme, von denen ich euch gleich noch erzählen werde und will jetzt aber auch wissen, wie ihr das handhabt. Habt ihr so ein vorgedrucktes? Es gibt ja auch echt super schöne. Das vom Lux Verlag finde ich zum Beispiel ästhetisch total ansprechend. Oder habt ihr euch eins selber erstellt, in einem Bullet Journal zum Beispiel. Das interessiert mich total, aber jetzt wechseln wir wirklich die Perspektive. Hier sind wir jetzt also in der Ansicht von oben. Ich bin, wie gesagt, immer noch in dem Filofax in A5. Das ist das Modell Domino Soft in diesem wirklich extrem schönen hellbraun. Und ich finde vor allen Dingen auch die Kombi mit rosa und dunklerem Braun und auch so Violetttönen total schön. Das seht ihr gleich innen auch nochmal in Kombination. Und ich habe die Seiten immer noch, das sage ich auch in dem ersten Video von vor einem Jahr, die Seiten innen sind ein bisschen größer als A5. Ich habe das einfach gemacht, um mehr Platz auf der Seite zu haben. Und deswegen gucken die an der Seite auch so ein bisschen, also minimal raus. Mich stört das nicht, weil das Book Journal ja einfach zu Hause bleibt. Und ich habe lieber ein bisschen mehr Platz zum Schreiben und nehme das in Kauf, dass das draußen so ein bisschen am Rand rausschaut. Ja, hier drinnen habe ich also als erstes so eine Art Cover. Das ist immer noch das von vor einem Jahr mit ein bisschen mehr Verschönerung. Und auf der Rückseite, also die erste Seite sozusagen, ist eine Art Dashboard. Da sind immer irgendwelche Klebezettelchen drauf, an Sachen an Denken muss, Sachen, die ich noch eintragen will, Sachen, die ich verändern will und so weiter. Das habe ich aber jetzt mal abgenommen. Ich kann euch auch nicht alles zeigen, weil so ein paar Sachen auch BookTube bezogen sind und ich mir gar nicht so ganz in die Karten gucken lassen will, was für die nächsten Wochen und Monate geplant ist. Also diese Klebezettelchen habe ich entfernt hier unter Allgemeines und rechts daneben habe ich eine Übersicht von meinem Bewertungssystem. Also ich bewerte ja in Sternen von 1 bis 5 und mache auch halbe Schritte und jeder halbe Schritt bedeutet etwas für mich. Natürlich bewerte ich immer noch so ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus, aber im Grunde bedeutet jeder halbe Stern etwas sehr Spezifisches und das, was ich bewerte, ist unten aufgeführt, also das Setting, die Figuren, der Plot und so weiter. Da mache ich aber bestimmt auch nochmal ein Video zu. Genau, was ich euch nicht zeige, sind meine aktuellen Leselisten, aber ich zeige euch die aus dem Februar. Also vorne drin in der ersten Abteilung habe ich für jeden Monat so ein bisschen lockerer, manchmal lockerer, manchmal fester eine Liste gemacht mit Büchern, die ich mir für den Monat vornehme und die ich dann abarbeite. Und im Februar war ich sehr erfolgreich, wie ihr sehen könnt. Ich habe sogar noch mehr gelesen, als nur auf der Liste stand. Im März habe ich die Leseliste irgendwann rausgenommen und weggeschmissen, weil ich da mit meinem Vorhaben so gescheitert war und die aktuellen Listen zeige ich euch nicht. Okay, also die Listen mit den Lesevorhaben für jeden Monat sind in der ersten Abteilung und dann kommt die Abteilung Challenges und Listen. Und das ist mehr so aufs ganze Jahr verteilt, beziehungsweise auch über ein Jahr hinaus. Ich hatte die Abteilung früher in zwei unterteilt, aber da haben sich Sachen gedoppelt und ich hatte das Gefühl, die passen eigentlich ganz gut in eine Abteilung. Und ich hatte noch eine weitere Abteilung zu abgebrochenen Büchern. Die führe ich jetzt nur noch auf Goodreads auf und habe das nicht in meinem Bookjournal. Das sind im Moment so wenige, dass ich erstens dazu keine ganze Abteilung brauche und zweitens nicht mal einen Zettel. Das hier habe ich euch auch schon in meinem ersten Bookjournal-Video gezeigt. Da sah das aber noch nicht so hübsch aus. Ich habe die ein bisschen vernachlässigt. Ihr könnt sehen, ich habe noch nicht alles eingetragen, was ich tatsächlich gelesen habe. Aber das hier ist auch wirklich eher so eine optische Übersicht, die ich nach und nach befülle und die einfach hübsch aussehen soll. Und für mich erfüllt das absolut den Zweck. Das ist einfach so ein Blanko-Regal, in das ich Sticker geklebt habe und dann eben so Blanko-Bücher gezeichnet habe. Und jedes gelesene Buch bekommt dann einen Buchrücken, wo ich den Titel eintrage. Und dann füllt sich das Regal so nach und nach. Als nächstes habe ich so eine Art Goodreads-Challenge-Deluxe. Also auf Goodreads verzeichne ich ja auch alle Bücher, die ich lese und zähle einfach. Und ich habe mir fürs Book-Journal etwas gemacht, das ich ausmalen kann für jedes gelesene Buch. Und zwar in unterschiedlichen Farben je Genre. Ihr seht hier also die unterschiedlichen Genres, die ich unterscheide. Das sind so die Unterscheidungen, die ich ungefähr brauche. Sachbuch bräuchte ich eigentlich nicht wirklich. Das lese ich echt praktisch nicht. Und die anderen Genre-Unterteilungen habe ich mir halt so überlegt. Und auf der nächsten Seite sind dann halt leere Bücher zum Ausmalen. Und je nach Genre, was ich dann gelesen habe, kriegt das ausgemalte Buch eben eine andere Farbe. So, und die nächste Liste ist eine Liste mit Reihen, die ich entweder nochmal lesen will oder die ich schon angefangen habe und weiterlesen will oder die ich überhaupt lesen will. Also es fängt an mit Rereads, Alana von Tribond, Harry Potter und so weiter. Das meiste sind definitiv Fantasy-Reihen. Es gibt noch so ein paar Krimi-Thriller-Sachen, aber der Hauptfokus sind auf jeden Fall Fantasy-Reihen hier. Und ihr könnt auch schon sehen, ein paar habe ich schon abgearbeitet in diesem Jahr. Und dann gibt es das Gleiche halt auch nochmal für Einzelbände, also Bücher, die allein stehen und nicht zu einer Reihe gehören. Das ist auch nach Genres unterteilt. Ich habe eine Seite mit Fantasy-, Science-Fiction- und Horrorbüchern, die ich mir so grob fürs Jahr vorgenommen habe. Das kann auch bis ins nächste Jahr mit rübergezogen werden. Und ihr könnt auch sehen, da sind einige Neuerscheinungen dabei. Das sind dann die, wo das Datum dabei steht. Eine Seite mit Romanen, beziehungsweise auch solchen Romanen, die mich ein bisschen herausfordern, die ich lange vor mir hergeschoben habe, die ich unbedingt noch lesen will und so weiter. Und eine Seite mit Thrillern und Krimis. Auch da konnte ich schon ein bisschen was abhaken. Und Liebesromane bekommen eine eigene Liste. Ich habe natürlich in meiner Goodreads-Wunschliste immer noch auch Titel, die älter sind, die ich noch lesen will. Aber für das Bookjournal reicht es mir, die Neuerscheinungen im Romance-Bereich auf dem Schirm zu behalten und dann eben auch abzuhaken. Ein paar habe ich noch nicht gelesen, die dieses Jahr erschienen sind, aber die meisten lese ich relativ zeitnah, wenn sie erschienen sind. Das sind halt Bücher, von denen ich vorher schon gehört habe, die mich anlachen, egal ob vom Cover oder von der Autorin oder vom Klappentext her. Und das ist chronologisch sortiert. Rechts stehen die Erscheinungsdaten und dann habe ich immer genau auf dem Schirm, welche Romance-Bücher als nächstes erscheinen. Und ähnlich sortiert ist die nächste Liste und zwar eine Liste deutscher Übersetzungen von Büchern, die ich schon gelesen habe. Und die ist auch chronologisch sortiert und das habe ich vor allen Dingen gemacht, um in Erinnerung zu behalten, welche Bücher ich dann auch nochmal intensiver empfehlen kann. Also viele von euch lesen ja einfach nur auf Deutsch und wenn ich dann ein Buch auf Englisch in der Vergangenheit gelesen habe, versuche ich immer wieder nachzuschauen, ob in der Zwischenzeit schon die deutsche Übersetzung erschienen ist und wenn ich das rausgefunden habe, kommt das hier in diese Liste, die eben auch chronologisch sortiert ist. In dieser Abteilung unter Challenges hatte ich vor einem Jahr noch zwei Challenges, die ich derzeit nicht benutze. Eine seht ihr noch, die habe ich aber nicht ausgefüllt. Reading Women Challenge, ich verlinke die euch auch nochmal unten. Da geht es darum, in 26 Aufgaben ganz gezielt Bücher zu lesen, die von Frauen geschrieben wurden oder die über Frauen geschrieben wurden und zwar ganz, ganz unterschiedliche Frauen, also Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen und ganz unterschiedliche Genres und so weiter. Das habe ich im letzten Jahr abgearbeitet und habe hier so eine Blanco-Version immer noch in meinem Book-Journal. Und was ich rausgenommen habe, ist eine Challenge, wo so auch einzelne Aufgaben einfach drinstehen. Lies ein Buch, was in einer Bibliothek spielt oder lies ein Buch einer Autorin, die den gleichen Vornamen hat wie du oder so. Und die Challenge hat mich in der letzten Zeit nicht wirklich angelacht, deswegen habe ich die jetzt auch nicht mehr in meinem Book-Journal. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass ich alle Seiten als PDF zusammengefasst habe und unten für euch in die Videobeschreibung poste, als Download-Möglichkeit einfach anklicken, kostenlos, es ist einfach nur eine PDF und dann könnt ihr euch entweder von da aus selber was entwickeln, also euch an meinen Vorlagen orientieren oder ihr druckt euch meine Vorlagen einfach aus auf A5 oder größer oder kleiner und da sind auch die Seiten noch drin, die beim letzten Mal noch in meinem Book-Journal waren und die ich jetzt nicht mehr nutze, die aber vielleicht trotzdem interessant sein könnten für euch. Ja, und dann kommt auch schon der Journal-Teil, also der, in dem ich die gelesenen Bücher erst liste und dann für jedes Buch eine Seite habe, wo ich ein paar kurze Notizen mache. Das startet mit einer Liste, die als Übersicht dient, aller gelesenen Bücher und das hier ist jetzt auch wieder chronologisch sortiert nach dem Abschlussdatum, also wann ich das Buch fertig gelesen habe. Vorne das Datum, in der Mitte Titel, Reihe, Autor und Genre und dann auch schon die Sternebewertung. Und das ist so eine Art Inhaltsverzeichnis, denn in den Seiten später, wo ich auf jeder Seite ein Buch kurz notiere, das ist ja auch dann chronologisch sortiert nach dem Datum, wann ich das Buch fertig gelesen habe und dann kann ich hier vorne gucken, keine Ahnung, am 28.01. habe ich Buch A, B, C fertig gelesen und dann kann ich nach hinten blättern und nach dem Datum suchen und lande dann auf der Seite, die ich suche. Ich zeige euch jetzt mal eine Blanko-Doppelseite und auch das hat sich ein bisschen verändert. Vor einem Jahr noch habe ich pro Buch eine Doppelseite und jetzt reicht mir eine Seite. Es gibt so ein paar Sachen, die mich einfach nicht mehr interessieren, sie aufzulisten. Ich habe euch in der PDF aber die lange Version und auch diese Kurzversion aufgeführt, also ihr könnt euch dann aussuchen, welche ihr nutzen wollt. Ich schreibe also wirklich für jedes Buch, was ich gelesen habe, die bibliografischen Eckdaten, also Titel, Autorin, beendet am Genre und in welchem Format ich es gelesen habe und dann habe ich hier so eine Skala, Kurzmeinung habe ich das genannt, wo ich ganz spontan nach Beenden des Buchs ankreuze auf einer Skala von 1 bis 5, wie mir verschiedene Aspekte gefallen haben und dann sind die Kreuzchen so verteilt, dass ich schon ein besseres Gefühl dafür bekomme, wie viele Sterne ich vergeben will. Und ganz unten auf der Seite kann ich erstens die Sternchen ausmalen, wie viele ich vergebe und habe ein bisschen Platz für Notizen, mehr brauche ich da eigentlich nicht. So, das war's jetzt. Ich habe euch gezeigt, wie ich diesen File Effects eingerichtet habe, um ihn als Book Journal zu benutzen und habe euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung die PDFs zur Verfügung gestellt, die ich mir dafür immer ausdrucke. Vielleicht ist da ja was für euch dabei und das alte Video von vor einem Jahr habe ich, wie gesagt, oben in der Ecke verlinkt. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.